Holstein Kiel und der 1. FC Kaiserslautern trennen sich 1 zu 3, eine mehr als verdiente Niederlage für meine Kieler, das hatte heute mit Aufstieg Bundesliga-Niveau bzw. Holstein Kiel, wie man es aus der Saison kennt, absolut nichts zu tun, das ist heute eine mehr als verdiente Niederlage und deswegen muss ich sagen, mehr als Glückwunsch an Kaiserslautern, das ist ein wichtiger Sieg, gerade gegen den Abstieg und ihr habt es verdient, klare Geschichte, das ist ein verdienter Sieg und da brauchen wir auch nichts zu diskutieren und da will ich auch keine Ausreden hören, wie ja, wir mussten verletzungsbedingt wechseln, Holtby war nicht da, Porat ist verletzt, ja, das mag vielleicht uns ein Handicap geben und das war auch ein Handicap, sicherlich, aber trotzdem finde ich, dass wir genug Klasse haben, Kaiserslautern zu schlagen, ist meine Meinung und das waren heute Fehler, die absolut unnötig waren, gerade das 0 zu 1 nach einer Ecke schlecht verteidigt, dass man Hanslik da so zum Kopfball kommen lässt in der 13. Minute, kaum gegenwärts, unser Torwart chancenlos, 0 zu 1 für Kaiserslautern und das war nicht mal unverdient. Die haben zwar abgewartet, so die ersten Minuten, was Kiel macht, haben dann aber super reagiert und es war nicht unverdient, die Führung und man hätte auch auf 0 zu 2 stellen können, vielleicht sogar müssen, denn man weiß ja, Kaiserslautern hat viele Punkte abgegeben nach Führung und ja, wir haben zwar reagiert, aber der Ausgleich war nicht wirklich verdient durch Bernhardson, es war ein Konter, der super gespielt war und ja, Bernhardson dann mit dem 1 zu 1, es war ein eiskalter Abschluss und sicherlich habe ich mich in dem Moment gefreut, aber es war in dem Moment absolut unverdient, dieser Ausgleich, muss man einfach so sagen. In der Folge hätten wir vielleicht das 2 zu 1 machen können, aber ich finde trotzdem, dass die Partie immer noch mindestens ausgeglichen war. Macchino mit einer Schwalbe im 16er hat er nicht nötig, anstatt, dass er selber aufs Tor schießt und wenn er nicht reingeht, dann ist es halt so, aber zumindest nicht so eine Scheiße abziehen mit einer Schwalbe, das hat er absolut nicht nötig und so ist Kaiserslautern, Kaiserslautern dann ja wieder durch eine Ecke zur Führung wiedergekommen, 45 plus 4 eigentlich mit dem Pausenpfiff, das muss man auch irgendwie über die Zeit bringen, die Kieler kriegen den Ball nicht weg und so war es, Carlos, der das Ding macht, Weiner konnte nichts sehen, es war vollkommen zugestellt alles und irgendwie geht der Ball durch und 1 zu 2 für Kaiserslautern zur Pause und das war nicht mal unverdient. In der zweiten Halbzeit haben wir reagiert, unter anderem Jan Vieter abgebracht, wir hatten einige Chancen in der zweiten Halbzeit und vielleicht wäre das 2 zu 2, ich sag mal in Anführungszeichen, in Ordnung gegangen, aber was der Torwart von Kaiserslautern da rausgefischt hat an Chancen, da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab und 1 mit Sternchen, muss ich ganz einfach so sagen, war super gemacht von ihm und ja, am Ende haben wir alles riskiert, haben alles verloren, haben hinten einfach nicht mehr gut gestanden und so war es dann Ritter, der in der 83. Minute das 1 zu 3 machte und so war das Ganze durch und Kaiserslautern holt, wie gesagt, einen wichtigen Sieg. Ich hoffe sehr, dass Lautern heute verliert, ich kann es mir nicht vorstellen, aber das heute war absolut nicht Bundesliga-tauglich und die letzten drei Spiele jetzt, die müssen einfach besser werden, Holtby wird auch wieder da sein und da muss einfach mehr kommen. Das heute mit sowas kann es doch in der zweiten Liga nicht bestehen, mit so einer Verteidigung bzw. so einer Chancenverwertung, einfach nur schlecht und ja, ich hoffe, dass es besser wird, aber im Moment bin ich echt sauer und enttäuscht. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben lassen, wir hören uns im nächsten Video und ciao.